Schnell die Live-Ziehung dieser wunderschönen Samt-Palette, die gab es ja bei Graufalter 50 hier zu gewinnen. Und jetzt machen wir mal schnell die Abendauslosung. Ich habe den Schlangenkorb wieder bepackt, da haben schon wieder so einige mitgemacht. Und bin ich mal sehr gespannt, weil ich finde selber diese Palette, finde ich wunderschön. Jetzt zeige ich die nochmal, so sieht die aus, für alle die die nicht kennen. Und ja, kurz und schmerzlos, der Schlangenkorb wird gerüdelt und da wollen wir mal gucken, wer da so gewonnen hat. Ich werde da einfach mal so reinlangen, es ist wieder ein Mix aus allen Zetteln und meine Kamera rutscht hier gerade runter. Mit dem Handy habe ich das nicht so, mit dem Film, so glaube ich steht es besser. Mann, 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 Mutti, du, ich schüttel jetzt nochmal. Jetzt habe ich mich verschüttelt, so, das bin ich auch gar nicht richtig zu sehen hier. Liveauslosung, zack, einfach reingreifen, wollen wir gucken, wen haben wir da. Gewonnen hat diese Samp-Palette, wenn das Handy mal ordentlich stehen würde, wäre es noch schöner. Gewonnen hat diese wunderschöne Samp-Palette, Verena M., Verena M., herzlichen Glückwunsch. Melde dich bitte, damit ich dir dieses Samp-Monster, wenn man es richtig rumhalten würde, wäre es noch schöner, auch zuschicken kann. So ist es. Und ich habe nämlich gerade ein Video gedreht, ich muss mal ein bisschen höher. Also das Handy mache ich dich hinzustellen, ne. Ich habe nämlich gerade ein Video gedreht in meinen Schminkerbuff für Sonntag. So ist es. Da kommt nämlich eine neue Videoform raus und ich hoffe, euch gefällt die. Habt einen wunderschönen Arm. Verena M., melde dich bei mir und für alle anderen seid nicht traurig, weil es gibt hier im Dezember noch genug Verlosung. Neues Spiel, neues Glück. Habt einen schönen Abend. Tschüss, tschüss.